Liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Genau heute vor einer Woche haben wir uns Erich Satis Ogif Nummer 3 angeschaut und über den Gedanken der Heterotopie gesprochen. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, das Video verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. Diese Woche habe ich euch eine Transkription der Ogif Nummer 1 mitgebracht und wir wollen einen anderen Aspekt dieser Musik beleuchten. Satis bringt in seinen Ogifs große Räume, Kathedralräume in die Wohnzimmer. In seiner Musik ist immer die Weite des Raumes spürbar, besonders in diesen Kompositionen. Die Ogifs beginnen mit einer Art von Fantasiechoral, der im Folgenden, wie von einer Orgel begleitet, immer wieder auftritt. In der Gegensätzlichkeit des Ausdrucks, der Empfindung in den einzelnen Teilen der Komposition liegt immer auch eine gewisse Form von Schmerz oder ein Aufschrei, denn es ist eben nicht nur der weite Raum, der in der Komposition erfahrbar wird. Es sind oft die Unterschiede zwischen hier und dort, zwischen groß und klein. Vielleicht hört ihr ja, was ich meine. Die Ausdrucks Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020